Hallo Leute, fröhliche Weihnachten und herzlich willkommen zur Roblox und wir werden heute den 24. Dezember feiern. Wir werden heute nichts wie weg im Weihnachten spielen und das Problem ist, wir haben immer noch nicht den Update von dem, wir haben immer noch nicht die Hammer-Update von, von nichts wie weg, leider. Das Problem ist, irgendwie kommt der Update nicht mehr. Letztes Mal war Weihnachten tatsächlich ein gutes Jahr, aber irgendwie gibt es hier überhaupt kein Update mehr. Und Leute, lasst ein Like da und keine Videos mehr zu verpassen, es kommen mehr Videos auf euch zu, also noch mehr Überraschungsvideos und Musikvideos und die Musikvideos, die auf dem Kanal sind, werden tatsächlich nochmal mehr geliked. Also, mehr als Worte. Und, naja, meine Damen und Herren, es geht schon wieder nach Weihnachten los. Also, wir haben immer noch das alte, ähm, Halloween-Sachen noch an. Wir haben tatsächlich überhaupt keine Weihnachtssachen noch nicht. Das Einzige, was wir jetzt noch haben, ist das, äh, sieh, es geht schießend. Das Einzige, was ich jetzt nicht habe, ist das Weihnachts-Portiv, das Weihnachts-Update ist noch nicht da. Und nur das Weihnachts-Update war hier. Das Weihnachts-Update war nur hier. Und wir haben immer noch, immer noch dieses selbe Update. Also, dasselbe, dasselbe, ähm, normalisch, normale, ähm, Herbst. Wir haben jetzt eigentlich keinen Herbst mehr, wir haben jetzt Winter. Also, Winter. Wir haben jetzt, glaube ich, keinen Herbst mehr. Aber wir haben die immer noch Herbst. Wir haben die immer noch Herbst noch. Und das ist doch nicht dein Ernst. Das ist doch ein Blödsinn, ey, oder nicht? Also, aber, Leute, naja, es ist einfach so schön, dass ich jetzt endlich mal wieder bei einem niemanden habe. Ich freue mich darüber, dass ich niemanden als Ding habe. Aber egal, keiner darf es wissen, aber ich weiß es. Aber, Leute, und noch ein Abo dalassen, wenn noch keiner mehr das getan hat, dann macht ihr das einfach mal. Und ich werde euch beim TikTok-Promo-Codes... Leute, es gibt hier beim TikTok, beim TikTok, ähm, versucht den, versucht den Namen auf TikTok-Fabien-Unterstiefen-65 einzugeben. Und, und es gibt manch, es gibt paar Pummel-Codes zu einzugeben, neue Pummel-Codes, neue Videos und neue Pummel-Codes zu einzugeben. Und, äh, neue Pummel-Codes. Ach, äh, neue Pummel-Codes. Und der Bestie, wer ist da der Bestie? Und der hat drei, zwei Leute mindestens fertig gemacht. Also, ja, Leute, wie habe ich denn getanzt? Das ist so eine, es gibt hier so ein Tanz, ähm, wenn ihr möchtet, also es gibt so ein Tanz-Name. Aber wenn ihr das möchtet, dann linke ich da mal eine Beschreibung, blinkt auf die Beschreibung ein. Ich werde da verlinken was, wie da, wie man da tanzen kann, äh, so im Roblox. Da gab das so, äh, ja, ja, Cheat, Cheat-Name, also Cheat, Cheat-Code, und der kann man eingeben. Und dann kriegst du dann nämlich die, ähm, kannst du tanzen im Roblox. Normalerweise ist das nicht geht, das geht gar nicht, aber Leute, wir haben jetzt gerade fast 60 Level 16, äh, 16 haben wir schon längst erreicht. Aber Level 60 haben wir bald, wir haben jetzt gerade auch Level 59 erreicht. Ähm, ja, wir haben hier, was? Die haben lauter Milit, wir haben lauter Frauen in dem Spiel, lauter Frauen haben wir im Spiel. Komisch. Aber mir ist so kalt, Mann. Oh, Mann, da ist das Kreuz. Mann, ist das Kreuz, ey. Aber einer, der auch Roblox hat, naja, hat man als Roblox ausgegeben. Und wir seht Überlebender. Und wir müssen leider die schwierige Map spielen, die auf Weihnachten im Update, ähm, gelingt wurde. Warte mal, kann man sich da verstecken? Ja, ist klar, da kann man sich echt verstecken, das habe ich gar nicht gewusst, Alter. Warum komme ich da mit einem Asbestier? Da muss ich immer da schauen, glaube ich. Oh, da ist direkt der Computer. Ähm, ja, es geht los. Mir gefällt der nicht mehr. Oh, die beste hier, die kommt jetzt in meine Falle. Die ist jetzt da oben rot. Das bedeutet, wir dürfen ja auch bei uns nicht rot machen. Heute machen wir die Challenge jetzt. Wir dürfen nicht dreimal Computers, äh, ähm, Computers, ähm, ähm, kaputt machen. Also nicht, ähm, Fehler machen. Und wir dürfen nicht vom Bestie, also nicht erfroren werden. Also wir dürfen nicht gefangen werden von der Bestie. Und wenn man einmal, einmal, einmal von der Bestie gefangen ist, dann muss man... Ja, fang jetzt nicht schon wieder dein Ding um. Okay. Ich habe immer wieder gesagt, das... Scheiße. Ähm, was macht er? Und wir dürfen von der Bastie... Und wenn man einmal gefangen wird, dann dürfen wir... Müssen wir leider die neue Map... Müssen wir leider neu starten, die Map. Wenn wir einmal geschnappt werden, ne? Aber wenn wir jetzt die ganze Zeit diese Map spielen, ist alles gut. Und wir sind, glaube ich, in einer Küche, wie ihr seht. Oh, hier geht's nach oben. Ich will an der Stelle hier nicht nach oben gehen, weil ich glaube, da ist die Bestie gerade oben. Ist hier eine Computer... Uhu, wo seid ihr Computer? Oh Mann, ich habe Angst, dass die da irgendwo in der Gang, irgendwo in der Bücherei sein könnte. Also das... Oh, wir haben jetzt schon die letzte Computer. Wir haben die letzten Computer. Wie? Äh, ich glaube, die Bestie ist unten. Die Bestie ist unten, ne? Weil ich habe gerade, äh, rote, roter Schimmer da gesehen. Ach, hier ist auch kein Computer. Hm, das ist jetzt schlecht. Hier ist... Da ist sogar ein... Ja, er ist direkt... Er ist direkt... Er ist direkt in der Nähe. Wir müssen die Tür aufmachen. Oh. Oh. Der Computer, der gerade, ähm, ein Alarm erzeugt hat, ist hier. Ey, das ist eine blöde Stelle. Wenn jetzt die Bestie von da kommt, dann müssen wir sofort da runterspringen. Oder wir verkacken das. Oder wir verkacken das. Oder wir verkacken. Oder wir verkacken. Oder wir verkacken das. Das weiß man nicht. Wir müssen immer nach links und nach rechts schauen. Weil sonst, wenn wir jetzt da so schauen, die Bestie kommt von da und ich habe das nicht gesehen, dann haut sie mich da BUFF. Und da müssen wir auch dann gleich verlassen. Wir dürfen auch nicht einmal von ihnen, von ihnen, also von sie nicht erschlagen werden. Also nicht einmal geschlagen, weil sonst müssen wir neu starten. Oh nein, es rettet niemand. Aber das Problem ist, wir müssen Drops-Din neu starten. Oh. Oh, da ist, da. Oh, da ist die, die Tür kaputt. Oh. Ich, ich, dieser Bestie ist ganz in der Nähe. Die Bestie ist ganz in der Nähe. Ich freue mich hier, weil ich gerade gehört habe. Und, dass die Bestie, die Bestie kann, wenn es rote ist, dann ist sie direkt in der Nähe. Und wenn sie, wenn sie ganz weit weg ist, dann ist dieses rote, rote, ähm, ähm, Würfel nicht mehr zu sehen. Aber wenn es rote ist, dann ist sie in der Nähe. Oh, oh. Es lädt gerade. Es lädt, es lädt, es lädt, es lädt. Komm schon, mach den Computerding und mach ihn und jetzt die raus. Ey, hallo. Alter. Okay. Die Bestie, die ist gerade... Oh, wir haben Level 59 erreicht. Das ist so geil. Aber wir befreien, sieht man auch was. Nun, sie ist die Bestie. Moment mal. Lol, da ist auch noch eine Stelle, die, ähm, ja. Das war's für dich. Okay. Du bist so... Okay, wir haben also eine Bestie, die jetzt leider ein bisschen, äh, neu ist. Die hat noch nicht so gute Sachen wie ich. Aber ich hab doch gewusst, dass wir nicht dahin sollen, weil sonst geht die auch noch hin. Ich weiß auch nie, wo die Bestie ist. Ich weiß nie, wo die Bestie ist. Und sie war überall. Und ich hab sie ja auch gerade mit den roten, roten Würfeln gesehen. Aber sie war fast in der Nähe. Die war unten, nicht oben. Wenn sie, wenn der Musiker ganz laut ist, dann ist sie direkt in der Nähe und dann, dann ist es vorbei. Ja. Und die Bestie kann ja auch Schnelligkeit aktivieren. Und dann bist du auch schnell schon, wie ich letztes Mal. Du kannst einfach Schnelligkeit aktivieren. Du kannst einfach Schnelligkeit aktivieren, einfach. Und dann kannst du locker die Leute einfach drauf und du hast leider versucht beim Springen. Ähm, ich hab die Krone entfernt. Ich hab die, ich hab die, oran, ich hab die pinke Krone entfernt, weil die ja bisschen hässlich aussah. Deswegen hab ich sie entfernt. Mann! Leute, wir haben auf dem Video lauter Mädchen, lauter Mädchen dabei. Und wir sind die Bestie. Was? Wir sind die Bestie. Wir sind die Bestie. Und wir müssen uns konzentrieren, weil sonst haben wir heute keine Punkte. Oh, das ist gereckt, Alter. Topa, keine. Mann. Wir haben gereckt einen schon erwischt, Alter. Und. Und das hörst du dich. Noch nichts. Nichts. Das Problem ist, wir dürfen hier auch nicht immer stehen bleiben. Sonst haben die Computers. Nein, 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 nein. Oh. Und du kommst her. Du kommst her. Du kommst her, du kommst her, du kommst her. Du das, du bist unser Opfer. Oh Mann. Nex, nex, du. Nex, du. Hätten auch gleichzeitig Zweig fangen können. Hier ist ein Computer aber... Nein! Ich hab ihn noch... Warte mal! Stopp mal! Boah, Alter! Mann, ich hätte ihn auch noch fangen können! Nein! 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 Boah, es sieht man noch... Ey, was? Ich hab einfach auf den Boden geschlagen, aber... Nein, bitte! Nein! Scheiße! Wir haben versagt! Da ist einer! Ja! Da war noch mal... Oh, Mama Mia! Oh, Mann! Und jetzt... Ich bin... Was machen wir? Was mach, ist doch mal hin! das ist immer schwer jetzt müssen sie einen müssen wir noch töten ein bisschen normal bis den doig sie Das war's für dich. Das war's für dich. Los, stirb, Mann. Ah, die Türen sind auf. Bruder, wo seid ihr denn? Nein, nein. Hallo? Ah, was mein... Boah, ist immer. Ja, ich bin... Ja, ich bin... Ich bin... Ich habe einen Computer-Berretten. Ahhhh Mama Mia Fuck man Staffinie Nein Aaaaa Du zickst uns da noch mal, oh. Das ist kein Glück. Nein. Fuck, man, das ist immer so blöd. Komm, mach die Vollgasbe... Nein, was machst du? Nein, nein. Oh, ich würde es nicht so blöchtig. Oh, ich würde es nicht so blöchtig. Oh, ich würde es nicht so blöchtig. Oh, Mann. Mann. umschon ich muss dich einfrieren ich muss dich einfrieren ich muss dich einfrieren ich muss dich einfrieren aber wie die oh mamma mia nein nein es ist immer das gleiche du hallo wo bist denn du du kleiner du bist du ja warte mal ich warte bis jetzt die zeile weg ist warte jetzt bis die zeile weg ist dann kann ich hier ein lauf nehmen das darf doch nicht wahr sein dass ich sie nicht kriege ist du die ja jetzt habe ich dich jetzt habe ich dich jetzt habe die ja jetzt habe ich dich jetzt Enkelich? Ja, Mann. Jetzt habe ich dich enkelich. Jetzt habe ich dich enkelich. Oh, Mann. Okay, trotzdem Punkte gesagt. So, das war es mit dieser Folge von Nächster Weg, wenn es dich gefallen hat, dann wünsche ich dir einen schönen Tag und ciao.